Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Unsere Girlie-Truppe ist immer noch unterwegs bei Ruby, Grim Eclipse, Early Access. Okay, das ist also der neue Scheiß, den kennt noch niemand von uns. Ui. Wenn ich das gerade richtig sehe, dann sind das hier zwei Türen. Das heißt, wir können uns für einen Weg entscheiden. Aber erstmal nicht so weit laufen, ich muss auch... Ich habe einen Schlüssel gefunden. Okay, das sind... Ja, die beiden Türen sind toll. Der war in der Vase. Nice. Hier gibt es erstmal viel Shit. Also in so einer Vase ist da quasi irgendwo ein Schlüssel. Ich will jetzt wissen, ob hier noch irgendwo ein Artefakt rumlungert. In so einer Schachfigur. Ah, ich höre schon mal Flieger. Ja gut, das war aber einfach versteckt. Oh, hinter mir ist was. Ach, eine Leiche. So. Rechts oder links? Links. Lutz? Rechts. Das war so klar. Ernsthaft, dafür, dass ich diesen Schlüssel benutze, habe ich 50 XP gekriegt. Krass. Und ich bin Level 10, ich kann nicht mehr höher leveln. Oh, nach 10 ist Ende? Also ich habe hier zumindest keine Levelanzeige mehr. Ja, ich habe ja keinen neuen. Meine ich das nur, oder hauen die gerade mehr auf Kacke? Oh. Irgendwie sind die gerade aggressiver. Ja? Wow, was ist denn da? Und einmal durch. Leck mich fett geht das hier ab. Wenn du mal überlegst, bei Mountain Glen, da kann man anfangen auf, als diese ganz normalen Grimms. Mhm. Und hier geht es ja gerade echt los. Ja, nicht gut. Oder wenn wir Glück haben, haben wir einfach den schlimmeren Weg gewählt. Das irgendwie auch, wenn wir Glück haben. Fötet den scheiß Bären. Fötet beide Bären. Oh ja, ich bin richtig. Fass gut. Boom. Du Bastard. Nicht so schnell laufen. Artefakte, Artefakte, Artefakte. Okay, lass uns erstmal ein bisschen rumdrucken. Auf welchem Level seid ihr eigentlich? Neun. Gebt mir 30 XP und dann bin ich 10. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an irgendeine Map aus, irgendeine Early Map aus Sonic Boom. Dieses neue, crappy Sonic Game. Ups, Timo? Ja? Komm hier lang. Okay. Wir können nicht mehr zurück. Bären Sie die neuen Bombies. Ja. Wow. Wow. ... ... ... ... ... ... Ich bin da hinten, ey. Sag mal, Timo. Ist das immer noch so, dass... Moment, ich guck mal, ob man da hochkommt. Dass deine Fernkampfangriffe deine Kombo-Leiste steigern? Muss ich gleich mal ausprobieren. Mach mal, weil ich mein, früher ging das sogar bei dir. Bei mir geht's nicht. Ja, steigert meine Kombo-Leiste. Ja, zumindest die ersten beiden. Scott und Glenn waren keine Kluke. Jetzt wissen wir, dass es mehr gibt. Folle die Trainingspläne hochkommt und vielleicht können wir wissen, wo sie kommen. Ui, Straße. Die halten aber auch so wenig aus, diese grünen. Das heißt, wenn du gerade echt in der Kombo drin bist, kannst du das Pech haben, dass du einfach mal auspawnt. Ja. Ja, also meine ersten beiden Hits, ähm, steigern meine Kombo-Leiste, die Distanzschüsse ansichtlich. Das ist mir gemacht. Ich bin ja nicht ganz sicher. 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 Danke, das schießt. Auf den scheiß Bären! Boah! Der gnocht aber ganz schön weg. Der scheiß Sound. Stirb, du Vieh! Dreckiger. Brr, brr, brr. Die gehen mir auf den Sack, die Tiere. Die blocken aber auch so unkontrolliert. Ich brauche echt was Blockbrechendes, Mann. Wartet. Was ist hier los? Ah, ich habe Mathefack gefunden. Sehr nice. Endlich. Ja, aber... Achso, ich habe einen Punkt. Schön. Kann ich mir nicht... Klingt noch mit Level 10 zwei Punkte? Hm, nee. Nee, ne? So, warte mal. Das ist Locked, das nicht Locked. Super Quake. Ach, von den Letzten kann ich mir nur eins aussuchen, ne? Welchen Letzten? Ich habe einen Baum, der sich aufteilt. Achso, ja, dann kannst du mir nur eins aussuchen. Kannst auch nachträglich nicht ändern. Achso, und die Letzten... Warte mal, die Letzten muss ich aber sowieso immer wieder skillen, ne? Oder doch? Moment. Ich kann das nachträglich nicht ändern. Ja. Das heißt, wenn du dich einmal für rechts oder links entschieden hast, dann bleibst du auch dabei. Okay. Was haben wir denn hier? Quake smashes enemies backwards and causes more damage. Oder Quake sends a line of rock pillars forward. Which each deal damage and knock enemies up. Okay, vergiss es, man. Mehr damage. Und knockback. So, kann man weiter? Check. Aber ich habe jetzt sowieso erstmal noch keine Punkte. Ja, wenn bei Level 10 auch Sense ist, dann wird meine Sense auch nicht stärker. Ah. Ich hätte definitiv anders levelen sollen. Das ist kein Reset. Ne. Das ist noch nicht, ne? Also doch, gibt's schon. Aber da musst du halt das ganze Spiel nochmal neu anfangen. So, vielleicht gibt's im Menü einen Punkt, wo steht, äh, ihr Ficknuch? Ne, es gibt im Menü, ähm, Start New Game. Achso. So funktioniert's halt. Artefakt. Obwohl das jetzt noch wenig, äh, obwohl das jetzt echt nichts mehr bringt, ne? Ja gut, aber wir hätten ja auch in, ähm, Fall anfangen können, ne? Schön. Wie. Schön XP so. Yay. Ich habe noch einen Punkt. Das ist kicke. Das ist ein bisschen schade, weil, wenn du ein bisschen, wenn du ein bisschen gut bist, dann hast du am Ende von Mountain Glen, also auch den Untergriff Level, dann bist du Level 10. Ja. Ich meine, ihr müsstet jetzt auch Level 10 sein, ne? Ja. Ja. Ne, muss ich mir keine Sorgen machen, das gibt immer die Erfahrungstüge. War, 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 war. Ja. 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 Ich wäre so langsam, wenn ich mir nur für die Bären, die Bären, war, war. Er war, 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 war. Oh nein! Also es sind jetzt nicht mehr diese Horden an Kleinfischern, sondern eher konzentriert, ne? Ja. Aber eins und zwei grünen Scheiß-Behren zieht ja auch die Aura weg. Ja, und ich habe das geskillt, das tut mir auch aus. Das juckt ihn auch herzlich wenig. Nein, Batterien hier, haltet noch aus! Scheiß Controller! Was hast du eigentlich immer mit deinem Wireless-Shit? Weißt du, das wäre doch dein Drecks-Headset, Mann. Wie bitte? Was du immer mit deinem Wireless-Shit hast. Ach du Scheiß, was ist denn das? Scheiße, was ist das denn? Oh ja, der explodiert bestimmt. You don't say! Nach Hidios ist das! Egal, ich mach das Ding einfach schnell. Ich hab's jetzt auch gesagt. Hä? Zwei? Hä? Der nächste. Ja, aber der ist nicht irgendwie... Hardcore explodiert. Also keiner nur Hardcore-Gun. Wobei der ja so ein bisschen aussieht wie aus... ...Deathnode. Nie gesehen. Was ist denn der denn denn? Boah. Mit anderen Worten, Part 1 ist vorbei. Hell yeah! Alle drei da hingenälen... Trollolol, trollolol. Und ich merg, ich hol grad Batterien-Moment. Artefact! So, hier machen wir einfach weiter. Komm, ist es auch für das DLC special Part. Gib' ihm. Ja, weil Lutz das Batterien holen. Das schneide ich. Dann hier mal ein Nice... Ach nee, das schneidest du eh, ne? Ich kann genau das wieder reinschneiden. Achso. Dann mal ein Nice-to-Know. Hast du gewusst, dass Roman Torchwood eigentlich nur in der ersten Staffel dabei sein sollte? Und jetzt ist er so badass? Die haben in der zweiten Staffel auch noch behalten, in der dritten, weil die Fans den Charakter so gut angenommen haben und weil der Typ mit der Synchronstumme da halt gut was reinterpretiert hat. Moment. Torchwood war... Torchwick. Achso, Torchwick. Danke. Weil du hast es gerade mit Ironwood. So. Halte Patron raus. Torchwood ist Doctor Who. Na gut, kann sein, dass ich das... Ja, aber der... Er ist aber auch geil mit seinem deutschen Akzent als verrückter Professor. So, Kapitel 6, Forever Fall, Part 2. So, du hast Part Ende bestimmt gemacht, oder? Nein, hab ich nicht. Nee, nicht? Okay, alles klar, wunderbar. Hier bin ich und ich hab volle Batterien und yay, ich kann nicht eh nicht richtig spielen. So. Wo sind die Zombies? Ah, da. Läuft doch. Er fliegt auf einmal so ein Tonkuh entgegen. Das sind aber krass Homies-Beschüsse. Hooray. Aber ich fand es halt cool, dass man sich den Weg aussuchen konnte. Nice. Ja, gut. Vielleicht sind sie mittlerweile auch wieder zusammengeführt worden, man weiß es ja noch nicht. Kommt mal es wieder. Interessant. Ich hab einen Schlüssel. Der Schlüssel passt jetzt nur da rein. Da ist ein anderes Symbol. Oh, und hier auch. Lol. Alright. Haben wir denn unterschiedliche Schlüssel? Äh. Ich seh nix. Ah, vielleicht hätte ich's nicht aufnehmen dürfen. Hm. So gut, dann Box weg, ne? Was hast du denn? Ja gut, vielleicht wollen sie so verhindern, dass man sich auftreut. Achso. Ja, das kann er tun. Ja, klar. Was sollst du denn rumkommen? Nein! Hä? Was ist los mit dir? Ich hab vorher festgepackt. Achso. Wollte da runterspringen, bin auf dem Zaun gelandet. Nein. Oh, dieses ganze Rot, ey. Es ist... Irgendwann ist es komisch, ne? Ja, ich mein, ich assoziere es mit dem Blut der Feinde, aber... Jooo, Parag. Also was lachst du? Ne, oder? Ne. Ich hab einen dieser... dieser Beobo ist erledigt. Dann hat die Take Dead gesagt. Hab in der Zeit mal eine Combo gemacht, in der ich meine Sense wollte und schieß. Und das hat den Bär einfach voll auf die Eier gezeigt. Take that. Was ist jetzt? Ich weiß noch nicht ganz, warum der Array kommt. Obwohl, naja, okay. Wenn einer von uns einen Gegner in die Luft schickt und der andere mit... ...weil er muss sie dann weiterentwickeln. Das ist irgendwie, wenn man darauf basiert. Ernsthaft? Die hat sich jetzt zu zweit auf einen Bären aufgehauen. War die schneller als ich mit einen? Eigentlich hat der Bär auch nicht. Aber sonst stimmt's, ne? Oh. Wieso kriegst du das immer? Na, wie gut, ey. Weißt du, bei mir warst du gerade was am Klären. Am Erklären. Und die ich danach weiß. Jetzt müssen wir wieder zurück. Und, äh, dann schnapp ich mir dieses Ding. Bounce something! Ja, super. Typ Schubi. Ja gut, das heißt, wir können uns so oder so nicht aufteilen. Ein Balkon. Oh, ein Boot. Ein Boot? Chef. Oh. Oh. Ich auch. Ich weiß, es gibt einen Grimm-Kragen. Ein was? Ein Grimm-Kraken hat Wrack gefunden. Aber jetzt sind es eigentlich... also jetzt... ich weiß nicht. Ich kann euch die jetzt nicht mehr durchführen? Naja, ich finde sie immer aggressiver als sonst. Was? Kombo 90? Nein. 100, 101. Was ist mit dir? Ich habe Kombo mal 101. Jetzt müssen wir das jetzt hinbekommen. Ich bin auch durch... ich bin auch durchgelaufen. Ja, ich bin vorhin auch durchgelaufen. Aber wahrscheinlich bekommt immer der Teamleader den Scheiß. Ohohohohohoho. Ne, ich war schneller als ihr beide. Guck mal da oben. Das Ding lebt? Hä? Ach, da ist ein Vieh drin. Normalerweise sterben die in Gefangenschaft. Ohohohohoho. Oder in der Freiheit, wenn ich dabei bin. Oh. Oh. Oh, da oben ist ein... Hm. Off the fact. Oh. Oh. Ah, die Musik! hat sich hier sehr leise gestellt wird mir auch man kennt sie doch also ja natürlich aber komo 78 80 83 90 100 110 120 130 150 130 Is mit dir? Mein Kombo mal im Übrigen 160 Ja killst du 164 Oh viech 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 Nix, das macht meine Kombo nicht kaputt, du Teddybär. 184. Willst du das auch? Nein! Doch, es läuft noch. 202. Nein, jetzt ist im Arsch. Scheiße. Was? Ich bin aufgestanden und die hat direkt eine Ulti rausgehauen. Nein, Gnut! Gnut, also wie lange ist das denn? Was? Ich bin aufgestanden und die hat direkt eine Ulti rausgehauen. Ich bin aufgestanden und die hat direkt eine Ulti rausgehauen. Ich bin aufgestanden und die hat direkt eine Ulti rausgehauen. Ich bin aufgestanden. 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 Und da sind keine Ulti rausgehauen. Und dann wäre die Flieger mit dem Gauntletz dran. Bist du noch die ultime? Ich bin aufgestanden. Hooray. Great job, you made it to the ship. I may need you to get a closer look to see what kind of cargo they carry. But be careful not to be spotted. Who knows what kind of security they have. Not to be spotted, das heißt der nervöse Lutz, der bleibt jetzt mal ganz weit hinten rum. Not to be spotted. Really? Hey. Really? Wir werden verschifft? Really? Das war's jetzt? Okay, wow. Für den zweiten Teil ein bisschen wenig, aber hey. Ja, aber in einer Session einfach mal so eben durchgezogen, ne? Wir harren der Dinge, die da noch kommen. Ist ja Early Access. Schön. Also, wie immer. Ihr könnt liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Supported Roosterteeth und ScrewAttack. Für dieses Spiel, für die Serie, für den ganzen anderen Scheiß, das sie machen. Death Battle. Abonniert uns auf Facebook und Twitter, denn wir teilen selbiges. Und wir sind dann raus für heute. Jo. ITC out. Tschüüüüüü. und